Sieben wichtige Änderungen für Millionen Rentner ab 2023. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Das Jahr 2022 neigt sich dem Ende entgegen. Für Millionen Rentnerinnen und Rentner stehen wichtige Änderungen im Rentenrecht ab dem 01.01.2023 an, aber natürlich auch aus anderen Rechtsgebieten. Ich habe einfach mal sieben Änderungen herausgestellt, die aus unserer Sicht als gesetzliche Rentenberater für Millionen Rentnerinnen und Rentner wichtig sein können. Fangen wir einfach gleich mal an. Die Hinzuverdienstgrenze bei vorgezogenen Altersrenten fällt ab 2023 weg als erstes sozusagen. Millionen Rentner können ab 2023 von einer super gesetzlichen Neuregelung profitieren. Wer eine Altersrente vor der Regelaltersrente bezieht, kann ab 2023 unbegrenzt anrechnungsfrei neben der Altersrente dazu verdienen. Somit sogar doppeltes Einkommen beziehen und die hohe Inflation und die gestiegenen Energiepreise besser überstehen. Zweite Änderung. Die Hinzuverdienstgrenzen für Rentner wegen Erwerbsminderungen erhöhen sich deutlich. Die Hinzuverdienstgrenze bei voller Erwerbsminderung steigt von 6.300 Euro im Jahr 2023 auf 17.272,50 Euro für das Jahr 2023 als anrechnungsfreier Bruttojahreshinzuverdienst. Die Hinzuverdienst gilt immer ab Beginn der EM-Rente. Die Mindesthinzuverdienstgrenze bei der teilweise Erwerbsminderungsrente steigt von 15.989,40 Euro im Jahr 2022 auf 35.545 Euro anrechnungsfreier Mindesthinzuverdienst ab 2023. Alle Rentenbezieher der jeweiligen EM-Rentenart sollten sich aber wie immer bei Ausübung der Tätigkeit oder Beschäftigung neben der Rente an die gesetzlichen Stundenvorgaben halten. Dritte Änderung. Änderung bei der Berechnung des anrechenbaren Hinzuverdienstes bei Erwerbsminderungsrenten ab 2023. Die Berechnung der Anrechnung von Sozialleistungen neben der EM-Rente ändert sich ab 2023. Das also im Zusammenhang mit der Änderung der Hinzuverdienstgrenzen. Bis zum 31.12.2022 ist die Rechtslage so, dass das hinter der jeweiligen Sozialleistung, also wie zum Beispiel Kranken- oder Arbeitslosengeld stehende Einkommen als Hinzuverdienst voll an die jeweilige EM-Rente angerechnet wird. Dies ist für Betroffene immer auch dann ein Problem, wenn die EM-Rente rückwirkend bewilligt wird. Unter anderem aber auch ein Problem, weil es dann zu ungerechtfertigten, aus unserer Sicht ungerechtfertigt hohen Anrechnungen an die EM-Rente kommt. Ab 2023 wird nur noch das Bemessungsentgelt als Hinzuverdienst an die EM-Rente angerechnet, welches zu 80% der Beitragserhebung für die Rentenbeiträge durch den jeweiligen Sozialleistungsträger unterliegt. Diese müssen ja, das wissen wir, wenn Sie zum Beispiel Arbeitslosengeld oder Krankengeld beziehen, Rentenbeiträge an die gesetzliche Rentenversicherung zahlen. Also ich finde, hier kommt auf jeden Fall eine deutliche Entlastung und Verbesserung für EM-Rentner ab 2023. Viertens, die Strompreisbremse wird ab 2023 eingeführt. Diese wird zumindest oder soll zumindest nach dem Willen der Bundesregierung zu einer erheblichen Entlastung für viele Millionen Menschen, auch Rentner in Deutschland führen. Wenn wir uns aber die aktuellen massiven Strompreiserhöhungen der regionalen Anbieter anschauen, ist zu vermuten, dass die Bremse bei 40 Cent pro Kilowattstunde Strom für viele Menschen und Unternehmen immer noch einfach zu hoch ist. Fünfte Änderung. Der steuerliche Grundfreibetrag für Millionen steuerpflichtige Rentner steigt von 10.347 Euro im Jahr 2022 um über 561 Euro auf 10.908 Euro für Ledige und doppelt so hoch dann für verheiratete Rentnerinnen und Rentner. Die fünf Steuertarife werden ab 2023 nach rechts verschoben, sodass auch mit Wirkung für viele steuerpflichtige Rentner die kalte Progression deutlich abgemildert wird und es zum Teil erhebliche Steuererleichterungen im Jahr 2023 geben kann. Sechste Änderung. Die Altersvorsorgeaufwendungen werden ab 2023 steuerlich voll zu 100 Prozent absetzbar sein. Im Jahr 2022 sind es noch 94 Prozent, die steuerlich absetzbar sind. Insoweit ist diese Regelung für Rentenbezieher steuerlich sicherlich interessant, die noch bei Rentenbezug zusätzliche Beiträge zur Minderung eines Rentenabschlags oder freiwillige Beiträge in die Rentenkasse zahlen oder die aus einem Arbeitsverhältnis noch Beiträge zur Rentenkasse zahlen müssen. Der Arbeitnehmerbeitrag, den meine ich hier dabei. Und siebtens zum Schluss. Wir erwarten zum 1.7.2023 eine deutliche Rentenerhöhung. Die erste Prognose aus dem Rentenversicherungsbericht der Bundesregierung für das Jahr 2022 zeigt eine Tendenz. Es soll wohl um 4,2 Prozent nach oben gehen. Aber Vorsicht, wir warten doch lieber die genauen Zahlen ab, die wir dann im März 2023 vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales frisch geliefert bekommen. Es gibt sicher noch weitere wichtige Änderungen für Rentenab2023. Wir haben uns auf die Änderungen und Entlastungen begrenzt, die aus unserer Sicht und auch aus unserer Praxis heraus am wichtigsten sein dürften. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen, wie immer, eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.